Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, wir blicken wie immer auf Bitcoin und auf Ethereum und ich muss sagen, was für ein geiler Wochenstart. In der Spitze auf knapp 22.600 Westdollar, während wir am Freitag noch über Bankenkrise und sonstiges spekuliert haben. Beziehungsweise ist es ja fix, aber trotzdem, seitdem hat sich jetzt doch einiges getan, beziehungsweise die ganze Nacht drüber. Darum werden wir auf jeden Fall darüber sprechen. Doch bevor wir starten, wie immer, lasst dem Video gerne einen Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Signale. Auch Spot-Signale habe ich heute früh drumherum darauf hingewiesen, dass hier vor allem, ich sage jetzt mal, Filecoin, Dot, Adder und sowas überall in Kaufzonen war. Und wir mittlerweile 10 bis sogar bei Filecoins waren sogar 30% seit dem Call hier zugelegt haben. Also kommt da gerne rein, Link unten wie immer in der Videobeschreibung und damit habe ich auch genug Eigenwerbung gemacht. Wir starten direkt durch und Bitcoin momentan bei 22.100 Westdollar. Wir haben nochmal einen kleineren Abverkauf gesehen vorhin bis 21.500, ist aber alles nicht so schlimm. Aber warum ist überhaupt Bitcoin jetzt so extrem gepumpt? Das hat einerseits damit zu tun, dass Newslage war von den USA, dass man hier auf jeden Fall die Banken retten will, bla bla bla. Das heißt für uns einfach wiederum, Geld wird gedruckt, Geld wird gedruckt, Geld wird gedruckt. Ist natürlich dann wiederum bullisch für Krypto und sonstige, weil wieder neues Geld in den Markt fließt. Daraufhin natürlich auch die Indizes ein bisschen in den Futures zumindest gestiegen. Auf den DAX kommen wir dann gleich nochmal darauf zu sprechen. Und ja, mit der Grund dafür, dass Bitcoin jetzt so extrem gepumpt ist. Und natürlich, was man auch dazu sagen muss, ZZ hat auch nochmal sein, wie heißt es, Innovationsfonds, keine Ahnung, irgendwas hat er gemeint. Will er umwandeln die BUSD in Bitcoin, Ethereum und BNB. Das ist natürlich dann wieder frisches Geld. Man redet hier von einer Milliarde US-Dollar für den Kryptomarkt, beziehungsweise für diese drei Kryptowährungen. Das hat Bitcoin-Auftrieb gegeben und jetzt lese ich gerade auch wieder auf Twitter, justin, internationale Währungsforwarned, G20, that will you spread Bitcoin and crypto use could cause banks to lose deposits. Also man warnt hier wegen Krypto und Bitcoin, bla bla bla. Es sieht momentan wirklich gut aus, muss man ganz ehrlich so sagen. Und wie sieht es jetzt charttechnisch aus? Ich habe hier schon mal ein bisschen vorgezeichnet. Und für mich persönlich, wir haben jetzt ein höheres Hoch erreicht. Das war wichtig auf dem 4-Stunden-Timefilm, auf dem kleineren Timefilm, sehr, sehr gut meines Erachtens nach. Wir haben dieses Hoch rausgenommen. Wichtig wäre jetzt nur, wir haben CME Gap, was unter uns liegt bei 20.900 US-Dollar und wir haben Golden Pocket, auch hier unten in diesem Bereich, bei 20.500 bis 20.700. Das wäre jetzt für mich momentan das wünschenswerteste Szenario, dass wir hier nochmal runtergehen, wir hier nochmal unsere Longs ein bisschen aufladen können und dann versuchen hier einen Abtrend reinzukriegen. Das liegt momentan, muss man jetzt ganz fairerweise so sagen, noch nicht vor. Wenn wir jetzt aber, und jetzt wird es ziemlich interessant werden, weil wir jetzt mal ganz kurz auf den Binance-Chart blicken und dann auf den Weekly-Timeframe. Jeder hat darüber gesprochen, auch ich, dass der Abtrend gebrochen ist. Nur wir haben ganz vergessen, auch mal den Weekly-Timeframe hier im Blick zu nehmen und da sieht das Bild komplett anders aus. Wir haben kein Lower-Low auf Weekly-Sicht reingekriegt. Wir haben zwar diesen abnormal tiefen WIG, aber auf Schlusskurs sind wir nicht unter 21.800 US-Dollar geschlossen. Damit ist grundsätzlich dieser Abtrend noch intakt und wir haben kein Lower-Low gesehen. Mit WIG ja Liquidität gefischt, aber kein Lower-Low. Das ist ein interessanter Punkt und wenn wir uns das FIP-Level, was auch noch dazu kommt, von unserem Trendbeginn, also von unserem Pumpbeginn ziehen, sind wir ins Golden Pocket gekommen. Und das ist das, was wir seit Monaten, oder Monaten ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber seit Wochen immer wieder gesagt haben, ich möchte eine Bestätigung für das höhere Tief haben. Und das haben wir mit diesem Weekly-Close absolut bekommen und dazu auch noch kein Lower-Low. Also ganz, ganz interessante Woche. Wir werden heute Abend dann mehr wissen, wenn die Fed dann auch nochmal ihre Sondersitzung da gehalten hat. Aber momentan haben wir hier einen perfekten Boden gefischt. Jetzt liegt es am Bitcoin, diesen weiterhin nach oben hin auszubauen. Deswegen zurück in die kleineren Timeframes, wieder in den 4-Stunden-Timeframe. Wie kann es jetzt weitergehen? Wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass wir einfach nochmal ein bisschen tiefer gehen in die Region um 20.700, um das 7-E-Gap zu füllen, um ein höheres Tief zu bekommen. Das heißt, das, was wir auf Weekly-Sicht jetzt bekommen haben, das jetzt nochmal in 4-Stunden-Chart reinkriegen und dann versuchen, hier einen schönen Abtrend nach oben hin zu bilden. Das wäre jetzt das Wunschszenario. Bricht dieser Bereich? Oder wir kriegen negative News. Dann, Leute, ist immer noch drin, dass wir immer noch zwischen 18 und 19k erstmal nochmal nach unten hingehen. Aber es ist eine sehr, sehr, ich sage jetzt mal, interessante Phase, in der wir uns befinden. Es ist aber auch eine sehr kritische Phase. Das muss man dazu sagen. Bitcoin hat noch nie eine Bankenkrise durchgemacht. Viele von uns haben noch nie eine Bankenkrise mitgemacht, muss man auch dazu sagen. Wir wissen nicht, was der FED jetzt sonst so noch einfällt. Meines Erachtens nach müssen sie Geld drucken. Es wird ja jetzt auch schon spekuliert, dass die Zinsen nicht erhöht werden. Die Frage ist, wie verpackt das Pole dann wieder. Aber momentan, nach jetzigem Stand, sieht es für uns persönlich gut aus. Die Frage ist, wie tief geht die Regierung und was macht die USA im Endeffekt noch gegen Krypto dann? Also wir sind hier momentan echt zwiegespalten. Ich würde, deswegen bin ich auch ein bisschen vorsichtig mit Setups und so, lieber ein bisschen Seitenlinie und lieber in so Safe Assets erst einmal reingehen. Komme ich jetzt auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann gehen wir rüber zu Ethereum. Ethereum, auch interessant, mittlerweile haben sich die Börsenkurse wieder ziemlich angeglichen. Ganz, ganz wichtig, gestern habe ich davor nochmal gewarnt in der Telegram-Gruppe. Ethereum, höheres Hoch mit vier Stunden Close, das heißt die Abwärtsspirale ist erstmal gebrochen. Positives Zeichen. Dann, wir haben jegliche Widerstände nach oben hin rausgenommen. Das war der Punkt, wo ich gestern darüber gesprochen habe, dass ich eigentlich einen Short Trade aufmachen wollte, aber aufgrund der Börsenschwankungen, das heißt wir hatten überall verschiedene Kurse und dieses extrem starken Volumens, was wir für einen Sonntag und jetzt auch einen Montag reinbekommen haben, erst einmal dagegen entschieden. Ich werde mich hier, je nachdem wie die Lage jetzt ist, erstmal ein bisschen long orientieren. Vor allem auch hier ziehen wir mal ganz kurz das FIP-Level. Wichtig ist, wir haben nach oben hin jegliche Ineffizienzen erstmal rausgenommen. Sehr, sehr wichtiges Zeichen auch für uns, dass wir nach oben hin jetzt erstmal alles abgefischt haben. So, Ethereum passt sehr, sehr gut mit dieser vier Stunden Demandzone, die wir unten in diesem Bereich haben, bei den 1.470 US-Dollar sehr, sehr, sehr gut überein mit dem Golden Pocket. Das heißt, auch hier wäre es wünschenswert, die ganzen Pump von heute Nacht wieder aufzulösen, nach unten hin zu kommen, Liquidität zu schnappen und dann einen schönen Abtrend mit einem Higher High zu bilden. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste für Bitcoin und Ethereum, würde ich sagen, wir müssen uns jetzt da nicht ewig drauf aufhalten, aber auch hier, das Einzige, was mich hier ein bisschen gestört hat, ist, dass wir nicht das übergeordnete Golden Pocket erreicht haben mit dem höheren Tief, aber scheiß drauf, wenn wir das bei Bitcoin haben, bin ich auch absolut zufrieden. Wir blicken ganz kurz auf den DAX, weil da muss ich jetzt auch nochmal ganz kurz ein Update geben. Trade ist jetzt zu 75% zu, also wer den mitgenommen hat, wir haben eine riesige Abverkaufsspirale heute beim DAX gesehen. Wünschenswerterweise oder glücklicherweise sind wir genau hier in diese Daily Demandzone reingekommen, aber genau bis zum Ende. Also die 14.919 US-Dollar haben erst einmal gehalten und ich bin am überlegen, ob wir hier sogar nochmal einen kleinen Long aufmachen. Aber wie gesagt, werde ich euch, sollten hier irgendwelche Signale folgen, in der Telegram-Signalgruppe auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Momentan beobachte ich das ganz genau, 75% sind jetzt erst einmal zu und wir haben hier oben noch ein schönes Gap zu füllen, was wir auch noch beachten sollten. Und Gold oder Gold, je nachdem wie man es immer aussprechen möchte, Spitze 1.894 US-Dollar pro Financer. Ich spekuliere hier oben auf die 1.899 als Short-Entry. Golden Pocket, Ineffizienz. Und da werfen wir einen ganz genauen Blick drauf. Ich habe noch kein Setup reingepostet, ich habe es heute früher aber schon angedeutet. Die 1.900 US-Dollar, das ist unser Ziel und da sprechen wir auch schon seit zwei Wochen drüber, dass wir hier oben ins Golden Pocket reinkommen. Und sollte, und es passt ein ziemlich gutes Beispiel, weil Gold ist ja immer so ein bisschen Risk-Off, man geht hier in Sicherheiten rein, sollte jetzt wieder Kohle gedruckt werden, en masse, ist dieses Beispiel hier mit eben der bearischen Bestätigung ins Golden Pocket bei Gold die perfekte Bestätigung, dass Bitcoin weiter steigen könnte, in Anführungszeichen. Aber wir beobachten es ganz genau, Short ist hier oben platziert und dann mit einem Stop-Loss hier oben in die Region, ich sage jetzt mal 1930 bis vielleicht sogar 1944. Wir schauen uns ganz kurz das Risk-Verhältnis an, was das bedeuten würde. Wir könnten hier sogar echt in Richtung 2,3% hochgehen und Richtung 1944. Also behaltet das im Auge, kommt gerne in die Telegram-Gruppe rein, wenn ihr die Updates nicht verpassen wollt. Und damit würde ich sagen, gehen wir noch ganz kurz zu den News, die es sonst noch so gibt, rüber, Binance-CEO spekuliert über koordinierte Ste... Ach, scheiß drauf, ihr könnt es selber lesen. Angesichts der Zahl von Angriffen auf Kryptowährungen und Herausforderungen für das Bankenwesen vermuten viele, dass es sich um eine koordinierte Anstrengung zur Schwächung des Kryptosektor handelt. Verschwörungstheorie. Ne, Spaß, ich gehe auch davon aus, dass es hier aktiv versucht wird, Krypto zu schaden, beziehungsweise von den USA geschadet wird. Lest euch den Artikel gerne durch, Link unten in der Telegram-Gruppe, ansonsten unten in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite, guckt euch gerne das Filecoin-Video von heute Morgen noch an und dann würde ich sagen, hören wir uns eventuell dann in der Telegram-Gruppe wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto!